Hallo ihr Couchos, zur nächsten Folge Minecraft Story Mode. Gottes Willen, erst mal den Titel vom Spiel vergessen, kann schon mal passieren. So, ich musste mir tatsächlich jetzt eben noch mal die Filmsequenz angucken, denn er speichert wirklich in dem Moment, in dem das Symbol da ist. Wollen wir mal gucken, wie ich das beim nächsten Beenden einer Session mache. So, erst mal gucken wir uns das Bücherregel an. Das ist ja verwunderlich, dass es hier ums Braunen geht, wo doch hier nirgendwo Fiolen und so weiter stehen. Ich hätte jetzt gedacht, hier geht es ums, ähm, ja, ums Schmieden. Oh, hallo. Oh, Vorsicht. Zu schwer und zu soft. Aber super flashig. Ach ja, Frauen kann man immer mit glitzernden Sachen überzeugen. Das wissen wir doch. So, extra. Da wäre ich vorsichtig mit solchen Pilzen. Definierter Trank. Oh, take a look at this. You're not gonna believe me, but I swear I had a dream about this. Okay, Potion. I know this is a big step, but I would be honored if you'd come home with me. Na gut, mach mal. It's yours if you want it that bad. I've never wanted anything badder. There's no way he won't notice his fancy potion is missing. A good thief always covers his tracks. Fixed it. Oh, yeah, the perfect crime. Immerhin haben wir dadurch jetzt einen Hebel freigeschaltet. Kann ich ja sonst noch was machen, oder muss ich an dem Hebel ziehen? Nee, wir können erst mal mit Olivia reden. Find anything? He's no slouch when it comes to enchanting. This is pretty advanced stuff. Ganz offensichtlich ist da hinter eine Tür. Ruben. Hey, Ruben, find any clues? What is it, buddy? You smell something? Ich glaube, er hat auch den Schalter gesehen. Good work, Ruben. Ja, ich weiß, dass da ein Schalter ist. Hey, Lucas, find anything? Äh, you want an instruction manual, how to build a creepy villain lair using everyday objects? Just keep looking. We'll be out of here soon. I hope. So, ich glaube, hier vor uns ist nix mehr. Konnten wir noch an die Kiste? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ah, jetzt habe ich wieder vergessen, die Auflösung umzustellen. Das ist nämlich total bescheuert, das einzustellen am Ende. Aber egal, macht nix. Muss euch nicht interessieren. Wollen wir wetten? Da, wo Olivia steht? Wer hätte das nur gedacht? Oh Gott. What the hell is all this stuff? Soulzand. It was everywhere in the Nether. What about that block in the middle? I've never seen one of these before. I wonder if I just take a closer look. Do you feel that? It's almost pulsing. How is it glowing like that? Maybe it's some kind of machine. If it is, it's not like any machine I've ever seen. Don't forget what we're here for. Find that skull. Warum steht die Truhe davor? Gucken wir in die Truhe rein. So, good news, weird news. I found the skull, but... What the hell? Why'd I risk my neck for that skull if he's got two of them already? He was in such a hurry to get it, too. There's got to be something bigger going on here. Maybe Ivor is some kind of collector. A trophy hunter. Or he could be collecting them to make a bunch of banners. I think I know what's going on here. Soulzand plus three wither skulls. That's the recipe for a wither. But a wither? That's... One of the worst monsters there is. We came down here to find the skull. Well, we found it. Maybe we should just grab it and get out of here, while we still can't. Oh, oh. Da kommt jemand. Guys? Scatter! Oh. Kann ich mich echt nicht... Oh, so. Ich dachte, ich verstecke mich in der Truhe. Oh, oh. Ich hoffe, er hat nicht den Dritten. Ich wollte auch in die Truhe eigentlich. Das Schwein oben. Glück gehabt. Was war das? Wer ist da? Luft anhalten. Luft anhalten. Alles will gut. Das war nur ein Luftzug. Uh-oh. Uh-oh. Hey, you! What are you doing here? What did you see? Leave him alone. Yeah, back off, pal. You two. Did you follow me here? You thought you could just screw us over and get away with it, didn't you? We're here to prove you wrong. What are you going to do about it? I have what I want and you have exactly what you earned. Now get out before I put you out. We know what you're doing down here. Soul Sand and three witherskulls? You're building a wither. Hm. Smarter than you look. Hey. Nobody talks to my friends like that. Now shut your mouth or else. Enough. You've wasted too much of my time already. Äh, nicht entkommen, wir sollten den nicht entkommen lassen. Where did you go? If you won't leave of your own volition, I'll happily remove you myself. Das ist auch nicht gut. Show our friends the door. Will you? Oh-oh, oh-oh. Ich bin davon nicht überzeugt, dass wir abhauen. Ich meine, wir werden hier gerade bekämpft, aber... Oh man, this is so exciting. It sure is. And now, for the first time ever here at Endercon, we are very proud to present... The one, the only... Gabriel! Awesome! Gabriel, we love you! Woo-hoo! Thank you. Are you with me? To the end! To the end! To the end! Everybody okay? Um, guys? Where's Lucas? I thought he was right behind me. Well, if he's not here, the only place he could be is... He's still down there! Ivor's got an iron golem and all the ingredients to build a wither down there. If he were to unleash it in this crowd of people... We have to act fast. It just so happens that the greatest warrior of all time is in the building. We should ask Gabriel for help. This is the smartest way to help Lucas. He's tough. I just hope he's tough enough to hold it a little bit longer. He's tough enough to hold the exploits of the order of the school that even I'm supposed to be in the building. Um... Oh, God. Um... 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 Ach, come. Machen wir das. Going after Lucas by myself. By yourself? Are you sure, Jesse? Yeah. The rest of you, go get Gabriel. We're on it, Jesse. We'll figure out a way to warn Gabriel and then we'll meet you back here. Let's crash this party. Be back as soon as I can. Be careful. This is built. One lock at a time. With the right training and guidance of anyone. And I need anyone else. Here goes nothing. You just have to believe it. I mean, I find it's ja mutig and so, aber... Eventuell könnte es uns im Weg stehen. Oh-oh. Lucas? Can you hear me? Even though I'm whispering, Jesse? Is that you whispering super loudly? Lucas? Over here. Mega witzig. Oh. Hi. Ich hab doch rechts gedrückt. Das hat, glaub ich, gezählt. Hey. Danke für die Ablenkung. Oh, der lässt sich aber leicht ablenken. Okay. Ich bin worse. Well, ich kann nicht sagen, das ist der beste Ort, in der ich ever bin. Ähm. Just, run! Run, where? You don't think I tried that already? Okay. Wo ist er? Hat er mich gesehen? Komm schon. Geh dahin. Geh dahin. Los. Was ist da passiert? Now, Lucas! Run! Oh-oh. Können wir mit... Warum rennen wir nicht mit? Warum rennen wir nicht mit? Mutige Schwein. Mutige Schwein. Sehr schön. Okay, jetzt patrouilliert er wieder. Ah, no man left behind. That's my motto. Guess I owe you one. Ach. Du hättest das bestimmt auch für mich getan. Bestimmt. Where are the others, dude? I don't know how I can be any clear. Weird guy. Doing weird stuff. Freaky, with a side of strange. I want you to listen to me. What do you want me to do? Tell you charade style? I promise you. That's the last thing I want you to do. Four words. Six silberes. Sounds like. This monster in the schmessman. Ah, yeah. Next. Wait, just... I have a question for you. Excuse me, sir. You'll have to wait your turn. Just tell me first. Do you really believe anyone can be great? With enough hard work? Yes. Was that where I went wrong? I simply didn't work hard enough? Ivor? Is that really you? How dare you interrupt like this? That's the guy who attacked us in the basement. I wish I could say I was surprised. If it surprises you want, you're in for a treat. Why don't you tell them the real story, Gabriel? I see time has made you bitter. And it's made you an even bigger fool. Now these people were promised greatness and I'm ready to deliver. I'm sorry. This is how they had to learn the truth. This can't be good. Oh, oh. Nothing built can last forever, Gabriel. I... No! Nein, nein, nein. Oh, shit. Oh, shit. Das ist gar nicht gut. Creature! Attack! Glaubst du wirklich, du kannst die Befehling? Hör. Lauf, Ruben. Warum hört ihr eigentlich auf ihn? What have you done? Gabriel! No, stay away! It's after me, not you. Oh, what? Erstmal die falsche Richtung. Oder die falsche Richtung. Look at him! The mighty Gabriel! Looks like true greatness is out of his reach. He may not be able to defeat this creature, but I can! Ich denke nicht. Creature! Retreat! Glaubst du wirklich, dass die auf dich hört? Creature! Retreat! Retreat, I said! Retreat! He's lost control of it! Er hatte nie Kontrolle. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber... Oh, shit. Nicht, uh... What? Impossible. It should have worked. I took such care. The potion. Axel, you've got to throw the real potion. But finders keepers. You thieves are ruining everything. Axel, come on! Axel. Los. Wirf. Ähm. Looks like Axel will do the rescue again. Warum? Kannst du den? It's protecting itself. Oh, 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 oh. Man block exposed. The potion is useless. It wasn't supposed to happen like this. Warum Axel? Warum? Arvin! You coward! Come back here! Oh, oh. Jesse, help me! Ah! Kommt schon, Leute? Kommt schon. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ivor war richtig über eine Sache. Ich kann das nicht auf mich selbst schützen. Nicht auf mich. Jeder ist weg. Except für dich. Willst du mir helfen? Ja, natürlich. Ich muss zum Tempel gehen. Aber was muss, was nächste Mal passieren? Ich kann es alleine machen. Natürlich. Oh, oh, es kommt zu uns. Ganz viele hübschen. Ach, die Hühner hat mir ja freigelassen. Out of my way, chickens! Oh, shit. Das Ding ist mittlerweile ganz schön galt. Glocke, das ist mittlerweile lautet. Ich hoffe, das ist Giugt. Dann weißt dormir. Wie pense ich dir? Ah! Jetzt jetzt ein Mal. комп effectiert. Was geht dir? Baut? Wie ist das? Was ist das? Ich muss da endlich incentivieren. ES? Komm schon. Komm schon. Boah, das war knapp. Der Schmack. Der Schmack. Der Schmack. Kein Problem, aber keine Zeit für Sentin. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich drück ja schon, ich drück ja schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Hab ich? Und jetzt? Ich hab keine Ahnung, ob ich das jetzt geschafft hab. Okay. Oh nein, unsere schöne Figur. Oh mein Gott, macht alles kaputt. Okay, ähm, wir sollten hier nicht reinkommen. Alles klar. Wow. Close. Oh, ich glaube, die kommt uns nach. Warum kannst du den denn nicht in der... Bleib doch, lass mal in der Spannung. Oh Gott, der ganze Fall, der andere. Warum? Alva, du Arschloch. Wo, wegen dir. Komm, wir gehen mit unseren Leuten mit hier. Wir brauchen unsere Hilfe wahrscheinlich dringend. Immer schön drüber. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Hat klappt. Noch mal. Und jetzt? Okay. Und warum sind wir da drin? Oh mein Gott. Warum sind wir da drin? Okay. Oh yeah. Oh, schnell. Schön, dass die Screams unten auch noch mal besetzt haben. Ich hab das Feuerzeug dabei. Gut, dass ich das Feuerzeug mitgenommen habe. Oh. Komm schon. Das schaffen wir. Los. Los, 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 los. Oh, jetzt nimm. Kein Problem. Aber jetzt verein. Es gibt so viele von ihnen. Ich kann sie nicht mehr schützen. Ich kann das nicht von mir selbst stoppen. Wir müssen die anderen finden. Die anderen? Zorin hat seit Jahren verloren. Aber die anderen? Du musst sie auszupfen. Geh sie raus. Geh dieses Amulet. Und guck es mit deinem Leben. Du kannst das tun. Ähm. Was macht das Amulet? Es hilft dir, die anderen Mitglieder der Stöhne. Geh es durch den Portal. Und dann... Ja, hab ich. Ähm. Shit. Gut gemacht. Oh, Gabriel. Gabriel? Oh shit. Und jetzt? Und jetzt? Ah! Angst zahre sie jetzt. Oh nein! Danke, Jesse. Gabriel ist noch da oben. Können wir ihn auch noch retten? Jesse! Geh! Nein! Nein! Ich hab nur noch unten. Oh shit. Ja, toll. Doch, das können wir ihn jetzt nicht glor- Oh nein! Hmm.